Prisma DNA V1 bei Elsigat. Willkommen bei euch Rauchenicht. Mein Name ist Robert und heute habe ich ein Problem. Ich habe ein Problem und zwar mit diesem Teil. Akkuträger. Single 18650. Seht ihr gleich alles näher. Und vor allem ihr seht eines gleich näher, nämlich die Verarbeitung von diesem Teil. Und da kommt das Problem und das schauen wir uns jetzt an. Das nennen wir eine handliche Verpackung von Prisma DNA 75C. Dieses kleine Teilchen steht da unten eigentlich drauf. Abgesehen vom Preis hier 159 Euro. Seriennummer 447 Elsigat aus Griechenland. Ein schönes kleines Päckchen, wie ich finde. Vor allem wenn man hier dann das Teil daneben legt. Schön handlich. Das ist er. Prisma DNA 75C. Ist eben ein DNA-Chip da drinnen von E-Wolf. Ein 18650er passt da hinein. Korpus aus Delrin und Cerakote beschichtet. Fünf Zehner da oben ist in Edelstahl. Da sieht man auch hier das Logo eingearbeitet. Die Maße 77,5 x 45 x 25 Millimeter. Ich habe schon gesagt, Made in Greece. Hier sieht man noch USB-C Anschluss, Feuer-Button haben wir hier oben. Und hier natürlich DNA typisch. Einerseits hier die Plus-Minus-Tasten und in der Mitte dann so die Bestätigungstaste. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Leistung verstellen möchte, dort wo blau ist, einfach hier anwählen. Und dann kann ich das hier, wie man hier sieht, in 0,1 Watt-Schritten. Schauen wir mal, wie flott das läuft. Eigentlich ein angenehmes Tempo. Finde ich ein sehr schönes, angenehmes Tempo, wenn man jetzt hier wieder auf meine 17 runter möchte. Hat man jetzt nicht unbedingt, aber wenn ich jetzt dann natürlich zu weit war, nicht unbedingt das Gefühl, sofort dran vorbei zu schrammen. Hier natürlich auch wieder mal über E-Wolf hier online, also nicht online, aber über den Computer hier einzustellen und zu verändern. Also das Display muss jetzt bei euch hier nicht so aussehen. Hier auf jeden Fall das Logo von Elsigard. Hier die Akkustanzanzeige. Hier oben dann den Widerstand. Watt. Das bedeutet nichts anderes, als ich bin jetzt eben hier im Watt-Modus dort drinnen. Hier unten dann die Leistung Information. Was haben wir da versteckt? Achso, ja. Falsch, falsch, falsch. So, Information. Systemdiagnose, USB-Diagnose und die Aufzeichnung vom PAF. Paff. Suche wieder den Weg hinaus. Da, unten ist er versteckt. Hier kann ich jetzt auch einstellen, was ich hier angezeigt haben möchte. Also für mich eine Spielerei, die ich im Prinzip so niemals durchführe. Gut. Gehen wir wieder raus. Daneben, Einstellung. Da können wir jetzt eben einstellen, die Helligkeit vom Display, beziehungsweise Zeit und Uhrzeit. Und eben auch, hat man jetzt auch hier gesehen, den Stealth-Mode. Also so, dass überhaupt nichts mehr angezeigt wird. Also so, wie man es möchte. Und hier haben wir noch versteckt, ein bisschen umständlich, wie ich da hinkomme, den Kurvenverlauf. Hier kann ich mir auch einen Boost einstellen, wenn es mich denn interessieren sollte. Das also die Möglichkeiten jetzt mal. Aber was für mich viel, viel wichtiger war, viel wichtiger als das. Ja, schauen wir uns das Teil mal an. Rund zwei Wochen bei mir jetzt hier im Einsatz. Schaut euch die Oberfläche an. Nein, das ist nicht einfach wieder wegwischbar, wegwaschbar. 160 Euro. Ihr habt es jetzt nicht irgendwie auf der Baustelle mitgehabt. Ihr habt es in der Hosentasche. Hab es hauptsächlich daheim stehen, beziehungsweise in meiner Umhängetasche mit. Und dann sieht das nach zwei Wochen bereits so aus. Noch dazu haben wir hier einen kleinen Schaden, hier einen kleinen Lackschaden. Das war nicht beim Auslieferungszustand. Hier haben wir einen kleinen Lackschaden versteckt. Das war nicht beim Auslieferungszustand so. Das kam nach und nach. Das bedeutet, aushalten, soll ich das da unten mal an, nur vom Hinstellen. Aushalten tut diese Box hier nichts. Ja, und damit habe ich ein Megaproblem. Was rechtfertigt jetzt 160 Euro? Ja, seht sie euch an. Also, an sich hätte ich wirklich gesagt, ist ein wirklich netter, unspektakulärer Akkuträger mit einem DNA-Chip. Dann alleine wären schon 160, fragwürdig. Aber jetzt habe ich das und sehe eben das hier. Der Vollständigkeit halber hier unten ist noch die Seriennummer und der Name. Nur mal versteckt und gebaut von Elsigard. Ja, lässt mich jetzt leider, muss ich sagen, unzufrieden zurück. Ihr seht ihn jetzt hier noch ein letztes Mal durchwandern. Ich gebe jetzt auch einmal einen Verdampfer. Beim letzten Video haben sie dann die Leute beschwert. Ich hätte keinen Verdampfer oben drauf geschraubt. Gut. Kommt jetzt ein Verdampfer oben drauf. Also, tatsächlich ist das hier beim ersten Hinsehen in Ordnung. Aber alles Weitere, muss ich wirklich sagen, ist keine 160 Euro wert. So, das ist jetzt die Zusammenfassung. Und jetzt komplett zurück ins Fazit. 160 Euro. Warum? Das ist das, was ich nicht verstehe. Kostet diese Box trotz dieses Chips 100 Euro? 110 Euro. Gut. Okay. Dann reden wir mal weiter. Dann sind wir aber erst bei dem Thema der schlechten Verarbeitung. Und das passt für mich überhaupt nicht, wenn hier nach zwei Wochen die Oberfläche so scheiße aussieht und eigentlich auch hier dann schon diese Lackschäden überall so zu sehen sind, wo so der Untergrund so durchkommt, abgeschlagen. Das ist scheiße. Das ist vor allem dann scheiße, wenn es auch 160 Euro kostet. Und B, einfach keine Unfälle erlebt hat, sondern einfach im Alltag mit war. Das passt hinten und vorne nicht und das stört mir und deswegen kann ich diese Box überhaupt nicht empfehlen. Schade. Sie hätte mir gefallen. Dieses schlichte Design mag ich. Und rein für MTL hätte mir auch das 18650er ausgerechnet. Ja, aber mit diesen Umständen muss ich wirklich sagen, ist das hier durchgefallen. Zu teuer, zu schlechte Verarbeitung. Das kann ich sagen. Als Pluspunkt kann ich die Optik sagen und natürlich den Chip, DNA-Chip verbaut. Der tut, was er tun soll. Aber ehrlich gesagt sind da die Negativpunkte für mich einfach überwiegend und das stört mich und deswegen eher ein eindeutiges Nein meinerseits zu diesem Gerät. Kann man nichts machen, soll es auch mal geben. Also bitte passt auf, verschwendet nicht 160 Euro. Da gibt es bessere Boxen, besser verarbeitete Boxen und vor allem kostengünstigere, die genau das gleiche machen wie auch dieses hier. Gut, das soll es gewesen sein. Hat euch das Video gefallen? Abo abschließen, Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Macht's was gut. Tschüss.